Willkommen zurück zu Pokémon Advanced Adventure. Ja, ich habe mich erkundigt, wie ich weiterkomme und ich war richtig, aber ich habe mich nicht genau genug umgesehen. Hier ist auch ein Gig-Apo zu finden. Das ist gut zu wissen. Ich denke, das war der letzte Part, den ich für heute aufnehme, aber kann euch egal sein. Mal angreifen. Ah Mist. Ich würde mir die Attacken umlegen. Ich bin auch ziemlich müde. Ah naja. Genau. So. Der letzte Part ist ja nur 12 Minuten geworden, aber... Ich hätte da jetzt noch ein paar Minuten rumrennen können, hätte mir auch nichts gebracht. Und zwar... War ich hier richtig? Aber... Mist. Aber... Alle 5 Schritte begegnet, was? Das ist doch übertrieben. Ich muss hier lang. Nice. Das gibt es doch nicht. Okay. Ich schaffe nicht diesen Weg. Nein. Ich schaffe ihn nicht. Tanzra, hallo. Ach stimmt. Ok. Dann hand ich. Ooh. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Yay. das ist richtig krampfhaft einfach ja ich muss es schaffen ja hallo kämpfe wieso passen die sprites eigentlich nie zu den johnny boy zu den sprites auf der europa Naja, ähm... Wieser 11, endlich! NKP Plus! Quick Attack, danke! Du lernst jetzt was anderes. Nee. Nein! Was ist das Alter? Ich wollte es doch nicht verlernen. Ich wollte eine andere Attacke verlernen. Aber naja, kann man nix machen. Ich guck mal hier runter. Also der Macher hat ein Talent dafür, irgendwo sinnlose Wege hinzuklatschen. Wo nix ist, aber hauptsache viel Gras. Auch wenn das jetzt so aussieht, das wäre das nicht so ein Weg, aber trotzdem ist mir mal aufgefallen. vor allem auf den Routen. Ist... Nö, hier scheint es jetzt sogar richtig zu sein. ... ... ... ... Silkon. Okay. Und... ... es reicht nicht aus Kakuna das ist wahrscheinlich Kakuna ist das so? keine Ahnung eigentlich schon aber naja mal sehen geht das hier oben das ist zum Beispiel hier oben das ist ein sinnloser Weg toll kämpf mit mir ja ok es ist unnötig so es geht hi so es geht Kaskun ok ah das Spanekon quick attack quick attack metapod das weiß ich jetzt was es ist da kann ich das Ottero mal seine Kräfte unter Beweis stellen was ich muss mal kurz ein String so i lost ich glaub der hat ja echt keine lustige Texte auszudenken äh 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 nein wieso zähle ich das überhaupt aus ich weiß es nicht nein man es ist zu nervig ist ja nicht mal lustig oder so es ist einfach nur nervig ein kopf noch ein Trainer jetzt bitte ich möchte jetzt aus dem wald raus übrigens mir aufgefallen dass der ersteller einfach die normale map genommen hat und die wege verändert hat ich hätte mir den heck vorher angucken sollen vorhin spiele aber es hat eine neue story neue texte sehr interessante texte natürlich die pro npc immer variieren die zwei immer noch wer hätte gedacht dass ihr in die stadt kommt naja kann man nichts machen danke danke fürs heilen viel geld habe ich überhaupt 1628 hier steht auch nichts hey du du musst dieses obdachlose kind sein was über das alle in der letzten stadt reden ich wünschte ich könnte dir helfen aber ich weiß überhaupt nichts ich wünschte ich könnte mich an den namen ein ein übrigens habe ich bemerkt dass man das tyrann pokémon fangen kann das die die das ist Ich fühle mich als hätte ich das Tower-Pokémon hier, also ich glaube ich habe das Tower-Pokémon hier einmal herumfliegen sehen. Sag bloß, du bist hier unser Duft zu retten. Oh, wer ist da denn? Da komme ich natürlich noch mal vorbei, das Museum ist ja unerwartet, da gehe ich mal rein. Also das war's. Äh, ja, tolles Museum. Ich denke da gehe ich den Typen mal besuchen. Äh, Nirk? Wie bist du hierhergekommen? Wie bin ich hierhergekommen? Sag bloß, du bist mich besiegen, du bist nichts außer ein kleines, armes Kind. Ich hoffe einfach, dass ich ihn siege. Eevee. Das kann ich sofort vergessen. Ich hoffe einfach, dass er mit so einem stärksten Pokémon lidert. Ansonsten bin ich hier ziemlich krass am Arsch. Ein Paralyse wäre schon nice. Ja, 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 ja. Okay, Eevee macht jetzt nicht ganz so viel gegen mich aber. Ich halte mich daraus. Ich weiß nicht, was sie dort ist. Das ist sie dort. Ah, Seed. Ah, okay. Wahrscheinlich Geduld, oder? Nee. Hä, was macht der? Ja. Also. Swift. Oh. Oh. Hä? Warum ist der so easy? Was kommt jetzt? Nice. Äh. Huthut. Ernsthaft. Haha. Ernsthaft. Haha. Ich dachte, ich verliere. Und dann kommt so etwas Einfaches. Was ist das? Thundershock. Oh. 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 Okay. Oh. 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 Ich will das irgendwann nochmal das Infovideo machen. Als wenn ich das hier hochgeladen habe, sollte es schon da sein, aber. ich muss es noch machen. Da wäre weniger Infovideo. Pff. Ich habe ja bis, jetzt nicht wirkliche Zuschauer. Das ist, das ist nicht das letzte Mal, dass du mich gesehen hast. bis jetzt ja okay habe spaß mich zu besiegen und habe spaß meine diener zu besiegen und dieses pokémon war schon weg okay ok ja das war es mit der folge ich gehe noch kurz heilen also ja das was für der folge ich hoffe es hat euch gefallen und bis zur nächsten folge